wir haben ein neues gebäude errichtet befestigte tor da war gerade noch in die sonne den weg und darf jetzt noch turu möge gott und schützen mann was ist euer wunsch und er doch noch gar nicht diese stadt wir haben keine ahnung was wir damit anfangen sollen seht euch die festung des feindes genau an sie besitzt eine mauer eure truppen müssen nur diese lächerliche armee vernichten dann ist die stadt und euer marschall hat diese stelle zum angriff auf die festung gewählt so galizien auch das war ein kleiner stadtstaat wird es auch verlichtet ziel genau mal her wir sind durch ihre mauren gebrochen e hier sie hat schon ein bisschen zu merken und sie und gehen wir es mal hier rein eure hohe inselt um gnade Das wird wohl ein bisschen verlustreich, ja. Ziemlich verlustreich. Oh, wir haben trotzdem gewonnen. Okay. Hätten wir das auch wieder geschafft. So. Das war doch mal wieder was Schönes. Hier sind noch die paar Provinzen eingliedern und bekehren. Dann geht es weiter nach Ungarn. Nix anderes begehen. Gegen Transsilvanien. Nein. Wir haben erforderlich. Okay. Guten Tag, mein Herr. Dann geht der weiter. Ihr habt von der Machtposition eurer königlichen Familie eingebüßt. Ich grüße den Schalz und geht der jetzt nach Galizien. Dann wird noch Podolien und Lehmberg. Das könnte ich hier mal... Wir gehen noch bauen. Wir haben ein neues Gebäude errichtet. Und die Universität bauen. Eine neue Konstruktion wurde abgeschlossen, mein Herr. Wir haben ein neues Gebäude errichtet. Eure Hoheit. Politische Übersicht. Okay. Es ist uns gelungen, eine Provinz zu bekehren. Sehr schön. Möge Gott euch schützen, mein Herr. Also dann, hier noch Beschleunigung. Wir haben ein neues Gebäude errichtet. Eine neue Konstruktion wurde lieblich übernommen. Möge Gott euch schützen, mein Herr. Geht hier nach Glemberen. Möge Gott euch schützen, mein Herr. So, hier noch Beschleunigung. Eine neue Konstruktion wurde abgeschlossen, mein Herr. Hier Beschleunigung. Ein neues Gebäude wurde errichtet, mein Herr. Okay, hier noch. Beschleunigung. Wir haben ein neues Gebäude errichtet. Feind. Es ist uns gelungen, eine Provinz zu bekehren, mein Herr. So. Wir machen hier den Podolien, einen Lohensplager. Politische Übersicht. Ich glaube, mit dem machen wir erstmal Frieden. Okay. Ich will jetzt in unserem Provinz nur noch Podolien zum Weg kehren. So. Und hier noch schnell beschleunigen. Wie ist Gebäude wurde errichtet, mein Herr. Und dann geht es nach Ungern. Ungert die Stadt ab. Beziehungsweise nach Krakau. Juni Volkreich als Marschall und Zeride. Okay. Seht euch die Festung des Feindes genau an. Sie besitzt einen Verteidigungswall. Schade, keine Musik. Eure Truppen müssen nur diese lächerliche Armee vernichten. Dann ist die Stadt unsere. Eure Hoheit. Dies sind eure Stellungen. Na, dann wollen wir mal. Wir müssen nur leicht überlegen. Okay, ich habe eine Verstärkung bekommen. Es ist ausgeglichen. So. Ziehen wir los. Marschieren. Marschieren. So. Haltet innen. Feuer. Mein Herr, wir haben Ihre Mauer zum Einsturz gebracht. Halt auf. Sehr schön. Da muss ich das nur noch reinlaufen. Halt schneller. Ziehen wir los. So. Ach, der König ist auch da. Okay. Ja, das ist wohl auch erledigt. Okay, dann bauen wir hier mal rein. Eine Kirche. Eine Bäckerei. Und ein paar Türen. Wir ziehen dann weiter nach Ungarn. Eine neue Konstruktion wurde abgeschlossen. So. Warten, bis der hier fertig ist. Es ist auch ein neues Gebäude. Wieder wurde errichtet, mein Herr. So. Möge euch die Sonne den Weg weisen. Ähm, Krakau hier. Nicht die Grünige hat ein gesundes Herz geworfen. Das gibt es ja auch noch. Seine Exzellenz, der König und die königliche Familie. Jetzt einmal Zeit für den Nachfolger. Hungern wir sie aus. Ach, unten wird schon angegriffen. Belagert diese Stadt. So. Seht euch die Festung des Feindes genau an. Sie besitzt einen Verteidigungswall. Dies ist die feindliche Armee. Eure Hoheit. Dies sind eure Stellungen. So, dann holen wir mal. Das noch hinten. Die noch vorne. Schlagen. Feuer. Die Mauer ist durchbrochen. So. Zieht weiter. Ach, sterben, Männer. Feind erleidet schwere Verluste. Okay. Ich rauf ins Rückwärtsblüte an. Der Feind fürchtet uns. Das war ja einfach. Okay. So, die Hör auch wieder ausbauen. Kirche rein. Eine neue Konstruktion wurde abgeschlossen, mein Herr. Eine neue Konstruktion wurde abgeschlossen, mein Herr. Und Ungarn wurde ausgelöscht. Politische Übersicht. Geht das Nächste nach Transsilvanien. Und dann gegen die Pechenexte, die anscheinend ziemlich gut ausgerüstet sind. Und dann kann der Pult noch der anderen Belastungswaffen. So. Fürchtet unsere Macht. Kritik in Transsilvanien. Weniger fromm. Großen Einfluss. Ist kleiner. Weniger Handelsgüter. Keine Errungenschaft. Ist unser Freund. Und ja, fürchtet wie gesagt unsere Macht. So. Okay, der ist noch in Krakau. Okay. Okay. Der ist noch in Krakau. Der ist noch in Krakau. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020